so eben headset aufsetzen hallo ich muss mal kurz ja man hört mich doppelt scheiße so jetzt kabel ja jetzt nicht mehr jetzt habe ich ausgemacht du spielst super meatboy ach so warte mal jetzt habe ich ja geschrieben play and talk das blöde ist da ich ja auf der playstation spiele nimmt der teamspeak nicht auf irgendwie mache ich das schon so warte mal ich war was einstellen. Ja. Warte mal, wenn ich jetzt noch OBS anmache, klappt das denn? Oder überblendet der? Warte mal. Alles kriegen wir hin. So. Mikro mal aus und hört man mich doppelt. Mach ich alles weg hier, Bild und so. Was? Was ist los? Wie war spielig? Weiß ich nicht. Okay, funktioniert nicht. Nein. Ja, okay. Ähm. Dann spreche ich halt mit dir so und die Leute können ja mir auch schreiben hier über... Twitch, hoffentlich fliegt jetzt nicht irgendwas raus. So. So. Das ist doch super. Nö. Ich mach heute Alien weiter. Doch. Müssen halt so machen. Ihr hört ja mich. Das ist gut. Ein bisschen höher machen, damit ich nicht so die Nase... So. Also willkommen bei Alien Isolation. Ein bisschen Talken mit euch. Und den Balmoro, den hört ihr zwar nicht, weil ich über der Playstation zocke. Und nicht über den PC. Äh. Teamspy, ja. 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 Die Kreatur sitzt in den von Sevastopol abgetrennten Projekt KG348 Laboren fest. Finden Sie Ihren Rest des Teams und konfrontieren Sie Waits. Den Rest des Teams finden, ja, da muss ich hin. Aber wie komme ich da hin? Der Korridor, die bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Da geht's auch nicht rein. Hier muss es irgendwo einen geheimen Weg geben. Den ich irgendwie nicht kenne. Noch nicht, jedenfalls. Wenn ich da unten runtergehe, dann, ähm, ach. Nein, nein, aber gehe ich in einer anderen Stadt in die Haustechnik da unten rein, aber da will ich ja nicht. Ja, ich guck mal. Das ist was cooles machen. Zack, 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 oh man Gott, so. Heilige Scheiße. Jetzt bin ich hier. Das geht auch auf, aber dann komme ich wieder zurück. Pumpgun-Patronen. Oh ja, das ist gut. Umso mehr, umso besser. Komm ich hier nicht mehr weiter? Kennst du diese, ähm, diese Döner mit Huhn und, und, und so, die man jetzt so, so kaufen kann und zu Hause halt fertig machen kann? Und diese kleinen Packungen da? Oh, die sind ja fertig, die brauchst du nur noch im Ofen da so, äh, haarwarm zu machen. Ja, sag mal, meine Mutter hat die mal mitgebracht, so, zum Probieren. Also, probieren, gerne, aber jetzt selber kaufen würde ich mich hier auch nicht. Ja, die Toasties, die sind echt geil, ja, mit, mit, äh, Hähnchen oder mit, mit, äh, Beef. Gibt's auch welche mit Gemüse oder Fisch? Die, die sind lecker, ja. Oder diese, 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 diese Pizzabrötchen, diese großen. Die gehen auch noch. Hm. Die, die sind lecker, die sind lecker, die sind lecker, die sind lecker. Ich muss hier die Route hier finden, aber ich muss da auch wieder irgendwas mit Strom aktivieren. Warte mal. No Entry. Fuck the Marshals. Ah, da komme ich da rein. Okay, warte mal, vielleicht gibt es da hier irgendwo einen Weg, wo ich hingehen kann, wo man irgendwo durchkommt. Das ist das. Da geht es nicht durch. Jetzt bin ich da draußen in einem riesen... Ja... Ja... No... E, wie einfach, weil einfach, einfach, einfach ist. Ne, ganz hoch. Geht eine Tür auf. Was ist das? Aber hart hier. Echt. Nix los. Was ist das? Ach, da geht es nach oben. Echt? Was ist das? Bundeswehr und die Gegend für auch Kiba Hort bleibt draußen m m nicht wieder da unten aber er zeigt mir hier was an drin was man nehmen könnte wohl nicht sowas oben was reinsetzen den hebel benutzen der droide das war es dann für dich direkt ein headshot warte mal guck mal einer an hier geht es weiter ok ich hab den weg gefunden war ja doch nicht von mir aus können wir nachher zocken weil ich mache hier nur kurz den ich mache den stream halt und dann fahr ich noch kurz mit dem bruder bringen die xbox weg und dann können wir zocken von mir aus aber ohne witz ne gestern der battle block äh theater finale war richtig geil hab ich mir heute noch mal ein youtube video von angesehen von dem ende mit und gestern noch ein video an nochmal das ende angeguckt mit er ist einfach geil ohne scheiß ja besonders ein lied am ende schnulzen lied muss dabei sein auf jeden ja genau ja 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 Ethanol brauchen wir das kann ich nur noch den Molotow Cocktail machen ich dachte der wirft den jetzt so unsere aller Königin äh what nee ja ja hab ich schon mal gehört ach boah auch mehr Schweinchen werden alt aber sind schon süße kleine Tiere ja ich hatte ja damals auch mehr Schweinchen und ein Hasen und ein Hasen naja so erstmal abchecken hier wo es weiter geht und los ist ich wusste es ich wusste es was passiert was passiert okay ja okay das ist mies das ist richtig mies so an alle Einwohner von Sevastopol holen ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen die Menschen hier sie haben Angst aber sie glauben noch immer dass Marshall Rates die Kreatur töten wird andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben sie haben sich selbst vergessen die Menschen wenden sich gegeneinander ich kann nicht hier bleiben Ordner fehlhaft wir können nicht hier bleiben das stimmt wir müssen weg das Alien habe ich ja ins Weltall befördert in einer Kapsel eingesperrt aber wer weiß ob da noch neue kommen das ist ja immer das Spiel ist noch lange nicht zu Ende ab durch den Lüffungsschacht auch Oh ja ein Sensor aber ist voll Jo, wünsch ich dir. Hoffentlich. Drück dir die Daumen. Okay. Ja. 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 Ach du heiliger. Wo ist ja nicht gerade viel, ne? Geil. Dann mal viel Spaß. Musst du das machen, ne? Ja. 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 Scheiße, wie komme ich da dran? Leider neun. Ah. Ich muss hier durch. Ja. Ja. Was denn? Ja. Es ist immer so. Es ist immer so. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patienten und ihr Käpt'n warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommt sie hier runter sofort. Hm. Nein, ich will das nicht noch mal hören. Zubehören. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ja, das ist nur drunter. Ja. Ja. Äh. Klar. Wird überall Cheat angezeigt, ne? Warte, bei GTA nicht auch so? Ich glaube, sie sind vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Köp... ...höhne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durch... ... Die Patientin und ihr Käpt'n warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Aber ich muss sicherstellen, dass sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unserer Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun sie, wenn Sebastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ja. Jetzt geht's erstmal richtig zur Sache. Wir haben einiges gehört. Und was da alles zum Vorschein kam, ist nicht wirklich normal. Die Androiden der Neuzeit. Ja, genau. Home Fire Burning. Eine super Lektüre. Kann ich nur jedem empfehlen. Erstmal gucken, liegt hier noch irgendwas? Viele Türen gehen hier auf. Welche führt uns zur richtigen Stelle? Ja, genau. Gucken wir mal. Ähm, ah. Die. Aber erstmal speichern. So. Oh Gott. Der Speichern in dem Spiel ist das A und O. Ja, eigentlich schon. Aber bei Alien musst du jedes Mal speichern. Das ist so krass einfach nur. Ganz einfaches. Habe ich schon. Und vor allen Dingen. Da Dark Souls ja so unglaublich leicht ist. Unter anderem. RIP. RIP, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum, Sven? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß glaube ich mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Wades of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Nein. Sie sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo! Wenn ich nach Samuels suche, können sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Finden Sie Samuels in Sixth and Synthetics. Nein, ich komme nicht mit Ihnen mit. Wollen Sie mehr über Sebastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? Dies ist ein günstig unbefugter Alarm. Bitte hören Sie auf, sich einzumischen. Ich werde Sie einfangen. Ja. Das war's. Scheiß Android. Scheiß Androiden. So, wo sind wir denn jetzt? Da müssen wir hin. Wo ist der nächste Gegner? Seit das Alien jetzt nicht mehr hinter mir her ist, ist es recht langweilig geworden. Aber dafür sind die Androiden ja da. Immer noch. Zusammenarbeit für alle CDs könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Was machen Sie hier? Nicht fragen, was machen Sie hier? Einfach mal gucken. So, da kann ich nicht zugreifen. Ein Experiment. Nein. Nicht getroffen. Ja, auf der einen Seite, okay. Kann man versuchen. Also, ich meine, ich bin jetzt, seit dem 1. Dezember, habe ich kein Fastfood mehr gegessen. Und das funktioniert ja auch, ne? Was denn? Ja, das ist ja gerade. Du hast ja was, wo du das machen musst, ne? Ich kann das ja aussuchen. Aber ich würde es auch mitmachen, also. Ja. Schampern ist mit Bohnen. So, Soße? Soße? Nein, eine Soße. Darfst du Nudeln essen? Oder Kartoffeln? Oder Reis, sagen wir mal so. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, so eine schöne Champignonsauce, so eine richtige Soße mit Reis und Erbsen und Möhren, würde ich auch eher essen, also. Ja, ja, du darfst ja nichts anderes, weil du darfst ja kein Stückchen Fleisch dabei essen musst. Riccardo, sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Riccardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei. Bei dir ist ja einiges, ne? Du darfst ja keine Milchprodukte, jetzt schon kein Fleisch mehr. Alter Schwede. Joa, das hat was, auf jeden Fall. Wenn's nicht immer gut ist. Aber geht halt nicht anders, sagen wir mal so. und ich sag mal so, irgendwann gewöhnt man sich daran und auf der anderen Seite sagt man sich auch so, ach komm, darauf kann ich auch verzichten. Das ist so. Hey, so ist das. Ja haha, Schule und Uni, ja. Okay. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Ja haha. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Warte mal, Türsystem, da. Ja. Kommt. Ey, nimm das die Schöneidung. Wir müssen das. Ein Energy Regal. Keine Ahnung. So. Auf geht's. Ab nach Six and Synthetics. Ab nach Six and Synthetics. Ab nach Six and Synthetics. TV heißt das jetzt. Die machen ja echt krass 24 Stunden, 7 Tage Streamen. Ist ja richtig heftig. Ja, das ist das neue Projekt, was die da machen mit allen drum und dran, mit Nachtprogramm, Morgenprogramm, Mittagsprogramm und so. Also die streamen 24 Stunden, 7 Tage. Äh, aber die sind jetzt nicht so wach. Die, äh, nachts, glaube ich, wird da, äh, eingespielt, was am Tag so gelaufen ist. Und da, so ein paar Folgen von YouTube, die, was die da machen, Phantasmagoria oder, oder, ähm, Beef oder dies und das lassen die durchlaufen. Kino Plus und so, also ein andere. Genau, die vier. Die, äh, Yabudi, Simon, Eddie und der Nils. Und die ganzen cool anderen Kollegen, alle, die da mit in der Redaktion sind, machen alle mit. Der Game One wurde ja am 24. Dezember jetzt eingestellt, sozusagen, im Fernsehen. Weil das nicht wirklich gebracht hat im TV, so. Weiß ich nicht. Und jetzt haben, machen sie halt per Stream, machen sie bei Twitch halt ihr Rocket Beans TV. Finde ich, äh, finde ich echt gut. Die, die, äh, machen ihre Sache echt gut da. Also, also, ja, ist halt, ist halt so, was die, es gibt halt so viel. Und, äh, die kann man auch, äh, supporten, so ein bisschen auch mit, mit Geld und so per, äh, Paypal. Genau. Die machen hier einen Dropstream und so, äh, finde ich echt gut. Also, groß Loben an die. Muss ich ehrlich zugeben, das ist echt gut. Guck ich auch immer. So, hier haben wir den Code 8382. Den müssen wir uns merken. 8382. Ja. Warum nicht? Das Spiel ist ja auch immerhin nicht schlecht, ne? Soll nicht schlecht sein, hab ich gehört. Ah, Plasmaschneider. Soll ich grad sagen. Irgendwann muss ich doch hin. So. Wollen wir mal die Tür aufschneiden. So, Plasche weg. Zugangscode angeben. Äh, wir brauchen nur 8382. Okay. Dann auf mal rein da. Kletter-Action. Ein Übergang nur mit einer Leiter. Oha. Funktioniert. Hä? Hä? So, hab ich. So, wo führt uns diese Leiter hin? Beziehungsweise, wo führt uns der Weg hin? Ja, ich hab das Gefühl, als kommen wir gleich in irgendeinem Gebäude oder in irgendeinem Raum rein, wo sich schon, äh, die ganzen neuen Aliens am, am, am bilden, am produzieren sind. Scheiße. Das war knapp. Und tschüss. Super. So. Das heißt, zurück kommen wir jetzt nicht mehr. Wunderbar. Ah, hochklettern. Ja, genau, wer will, ja, stimmt eigentlich, ich hab kein Buch zurück. Bevor der Ding ja auch noch kaputt geht, klettern wir mal lieber da rein. Alter, hier geht alles den Bach runter. Äh. Alter, geh auf. So, danke. Der, der packt uns gleich wieder eine Beine. Es gibt zwar gute Gruselschocker, so ein bisschen, ne, aber das, wo so ein, so ein Android mit auf dem Boden liegt und immer noch, äh, seine Augen leuchten, ne, das weiß man so direkt, der packt dir gleich an die Beine und du wirst festgehalten von dem. Also, das ist nicht mehr, also das ist nicht mehr, das ist so ein, so ein Grusel. Der, äh, langsam aber sicher schon, äh, nicht mehr gruselig ist. Ja, da gab's noch viel härterer Sachen. Was ist mit ihm hier? Er erlebt anscheinend noch. Es ist ruhig. Es ist im Moment zu ruhig hier. in dem Spiel. Das macht mir Sorgen. Hm. Ja. Ja. Okay, er lebt nicht mehr oder ist eingefroren oder was auch immer. Ja. So wie der aussieht, nicht eigentlich. Oh, manche liegen kopflos. Naja, sind ja nur Androiden, also Roboter. Wir schalten das mal ab. Okay, jetzt habe ich das vom All nicht abgeschaltet, aber irgendwie, äh, leuchtet das Ding immer noch grün. Nur Schrott kriegen wir. Wortwörtlich. Auf Terminal zugreifen. Leitender Sixen, angestellter Ransom hier. Ich bin grad aufgewacht und auf einmal stand ein Hewie in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Hier geht's ja gerade so richtig ab, warte mal. Das ist nicht so richtig. Ja. Oh. Hier schickt mir einer gerade ein Bild. Tortelloni, Spinat, Tiramisu. Ja. Hier Tiramisu, ne? Ach nee. Käse. Ja. Ach so. Was? Energieniveau zu hoch? Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Finden sie ein Wehchen, die ich die elektrische Tür... Ach so, Moment. Das Ding habe ich abgeschaltet, aber hier muss irgendwo noch ein Ding, noch so ein Teil geben. Äh, es geht nie ab. Irgendwas muss es hier noch geben. Ah. Okay, jetzt ist das gelb. Das heißt, einer muss hier noch sein. Und da ist der auch schon. So, und damit müsste das dann komplett aus sein. Oh. Biologische Gefahren, ein Dämmungsstufe. Oh. Falls Sie dieser Anlage in See sollten nicht hier sein. Ah! Was zieht ich? Äh, Revolver. Alter. Ah, da kam auf einmal aus den, äh, auf dem Boden lagen irgendwie so übereinander gehäufte Androiden und einer kam da raus, weißt du. Und ich habe den einen mit dem Pumpkampf zwar an den Kopf geschossen, aber das hat den nicht wirklich gejuckt und der ist immer weiter hinter mir angelaufen. Dann habe ich den mit dem Revolver dann fertig gemacht. So. So. Ah, jetzt kann ich den auch ausschalten. Sesam öffne dich. Äh. Oh, nö. Jetzt ist die Tür zugegangen und ich kann jetzt hier durch die, äh. Oh. Da ist einer. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seaxen und Syntheten vorbereiten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen wieder rufen. Ich habe für sowas gewohnt. Oh, der hat ja mal ganz schön die Fresse poliert. Oha. Da kann es immer einer ganz gut mit den Androiden aufnehmen. Finde Samuels. War das Samuels gerade? Ich glaube ja, oder? Hm. Ja. Ja, habe ich. Der Hintern von ihr? Half-Life 3? Womit hat sie jetzt damit zu tun? Achso. Ja, klar. Da warten alle drauf. Hm. 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 Okay. Okay. Da muss ich hin. Aber wie komme ich da hin? Irgendwo gibt es hier einen Weg, den ich lang muss. Sie benötigen einen Termin, falls mein Service sie zustande ist. Sie benötigen einen Termin. Sie benötigen einen Termin. Oh scheiße, ich glaube ich muss weg. Oh scheiße, ich glaube ich muss weg. Aber schnellstens. Aber schnellstens. So. As. Und da werden die ganzen... … … … … Ja, Leute, jetzt kommt mal her. Ihr seid jetzt, ihr werdet jetzt alle schön verbrannt. Tschüss. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Genug Pumpkan-Patronen hier. Bam. Der nächste, bitte. Nein! Vielleicht hat er eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Wer weiß, wer weiß. Dann müssen wir durchsuchen. Wer hat die Schlüsselkarte? Boah, was? Alter, wie krass das jetzt abgeht, bitte hier. Ja? Oh, ne. Ja. Also, ich würde sagen, Xbox-Controller. Finde ich jetzt. Weil, ist, ein Xbox-Controller ist leicht am PC angeschlossen, deswegen. das ist nicht so. Ja. 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 muss ich gucken. Ach so, ich beende mal den Stream für heute, wir haben 10 vor 8, ja doch einiges, wir haben gegen sehr viele Androids, genau, Androids gekämpft, haha, hier sind die Apple Force, genau, ja, gut, ähm, morgen geht's etwas verspätet, ähm, und dann am Dungeon of the Endless, Dungeon of the Endless, weiter, und, ja, das ist ein, ja, einfach, es gibt zwei Schwierigkeiten, jetzt gerade, too easy und easy, ja, aber pass auf, pass auf, ich weiß nicht, warum too easy und easy, eigentlich müsste das eigentlich, äh, normal und schwer heißen, weil, äh, easy ist echt hart, da kommen richtig viele Gegner, und, äh, du musst ja den Kristall hinterher mitnehmen, und du bist total verletzlich, also, wenn die dich angreifen, bist du richtig schnell down, es ist auf jeden Fall, also, ich bin, äh, weiß nicht, im dritten Stockwerk, oder was, äh, bin ich gekommen, also, ich bin bis jetzt noch nicht gestorben, weil, geht, kann ich machen, habe ich ja hier drauf, gut, ähm, ja, euch noch ein schönes Wochenende, wir hören uns morgen, äh, oder, ja, hören uns morgen bei, äh, Dungeon of the Endless, Ciao, ciao!